Hertha Wieser 2 zu 1 gegen den ersten FC Köln gewonnen. Eure Meinung zum Spiel? Ein sehr spannendes Spiel. Aufregend. Zum Glück 2 zu 1 gewonnen. Die zwei Pfostenschüsse haben uns ein bisschen Herzkloppen wieder erzeugt. Aber das Spiel war trotzdem sehr gut. Denke ich auch. Jetzt kann man ja eigentlich nur die Frage stellen, wann wer der Meister ist. Gute Frage. Die Meister, ja. Aber ich glaube es ist nicht so. Aber wir haben heute noch ein bisschen. Ich finde es dann spannend. Vielleicht hätte man es ein bisschen spannend machen müssen. Wenn ich lieber die Chance genutzt hätte. Aber ich glaube, war aber gut. Was glaubt ihr, wohin kann die Reise gehen? Wie viel wird Hertha am Ende dazu kommen? Ich hoffe, dass wir nicht darüber ein bisschen einbrechen. Das ist ja so unser Mankel. Meine letzten drei, fünf, sechs Spiele, wo wir dann mal ein bisschen einbrechen. Das wird uns mal ein bisschen besser durchhalten. Aber ja, klar. Schäme sie sich vielleicht nicht. Aber 5. oder 6. Platz wäre zufrieden. Ich hoffe, dass wir den Rest. Wir schauen mal ganz kurz, bitte. Wir schauen jetzt mal nach. Wir schauen mal jetzt mal an, wenn ich ein bisschen decomponiert habe. Vielen Dank.